In einer kleinen Stadt lebte ein winziges, einsames Kätzchen. Er war gerade mal drei Wochen alt, kaum alt genug, um die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Tag für Tag streifte er durch die Straßen, auf der Suche nach Nahrung und Schutz, seine zarten Pfoten hinterließen winzige Spuren auf dem Bürgersteig. Eines schicksalhaften Tages, als das Kätzchen erschöpft in der Nähe einer Mülltonne lag, bemerkte ihn jemand mit einem guten Herzen. Ohne zu zögern hob dieser Fremde das fragile Wesen auf und trug es weg, ließ das kleine Kätzchen verwirrt und verängstigt zurück. Das Ziel des Fremden stellte sich als Tierheim heraus, ein Ort voller anderer Katzen unterschiedlichen Alters und Größen. Als das Kätzchen in einen Käfig gesetzt wurde, begrüßten ihn die lokalen Katzen, gehärtet durch ihre eigenen Kämpfe und vergangenen Erfahrungen, mit Fauchen und Schnauben. Das kleine Kätzchen zog sich zurück, fühlte sich noch trauriger und einsamer als zuvor. Als die Nacht hereinbrach, wurde es im Tierheim ruhig, während sich die müden Katzen niederließen. Der mutige Welpe nutzte die Gelegenheit und entkam durch eine Lücke im Zaun. Seine geringe Statur machte ihn leicht übersehbar, und er entkam in die Dunkelheit, angetrieben von einem unbeugsamen Geist und einem instinktiven Verlangen nach Wärme und Liebe. Seine winzigen Pfoten trugen ihn mit Entschlossenheit vorwärts. Gerade als er spürte, dass die Hoffnung schwand, stieß er auf eine angelehnte Tür. Neugierig trat er vorsichtig ein und betrat den unbekannten Raum. Drinnen war die Luft erfüllt von einem herrlichen Duft, ein Duft, der seine Sinne reizte. Er folgte dem betörenden Duft, bis er auf eine offene Futtertüte stieß. Der Hunger nagte an seinem Bauch, das Kätzchen stürzte sich auf das Festmahl und verschlang die Brocken mit unschuldigem Eifer. In diesem Moment bemerkte die Ladenangestellte, die den Gang aufräumte, das kleine, ausgehungerte Kätzchen. Anstatt ihn zu schelten, schmolz das Herz der Angestellten beim Anblick des fragilen Wesens. Mit einem zarten Lächeln hob sie ihn behutsam auf und trug ihn nach hinten in den Laden. Da sie den Bedarf des Kätzchens an richtiger Nahrung erkannte, wählte die Ladenmitarbeiterin eine spezielle Mischung von Katzenfutter aus. Sie verstand, dass dieses kleine Kätzchen nicht dazu bestimmt war, verlassen oder allein durch die Welt zu streifen. Sie wiegte ihn in ihren Armen und beschloss, ihn mit nach Hause zu nehmen, die Liebe und Pflege zu bieten, die er so dringend brauchte. An diesem Abend, als die Ladenangestellte im Bett lag, klammerte sich das Kätzchen an ihre Schulter, fühlte sich sicher und geliebt. Es kuschelte sich an ihren Hals, sein winziger Körper verströmte weiche, zufriedene Schnurren, die den Raum mit Wärme und Freude erfüllten.